Damit ein herzliches Willkommen zurück, denn es ist wieder YouTube-Time. Willkommen zu Forti-Fürtchen, macht YouTube auf dem deutschen Kanal. Herzlich Willkommen. Und zwar, zwei Themen haben wir, haben wir, haben wir. Ja, das ist Season-Finale. Es rückt immer näher. Es ist bald, wieder sind zwei vorbei. Und es ist bald eigentlich. Also es kommen natürlich jetzt wieder. Das ist jetzt das achte Video. Und bis das letzte Video, was rauskommen wird, ich weiß nicht, welche Nummer es tragen wird. Irgendeine Nummer wird es tragen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es 14 wird, ob es 12 wird, ob es 13, ob es 20. Ich weiß jetzt mal nicht. Immer halt samstags eventuell und mittwochs auf jeden Fall. Ja, den letzten Montag, bevor in Berlin die Sommerferien beginnen, das ist, glaube ich, der... Ja, das weiß ich, glaube ich, gar nicht. Irgendeinen Tag habe ich das noch nicht aufgeschrieben. Ich war zu faul einfach. Egal. Auf alle Fälle wird da dann das Finale drauf kommen. Auf alle Fälle die letzte Woche, bevor die... Wie haben... In Dings, das ist genau die letzte Woche, bevor der fünfte... Äh, bevor der vierte Advent ist. Also ziemlich vor Weihnachten. Da wird die letzte Folge. Ich überlege mir noch was, was es sein könnte. Auf alle Fälle werden da auch bei der Folge ein paar Leute dabei sein, so als Abschluss. Und ja. Rocket League. Was ist porschiert? Schaut bis zum Ende. Warum habe ich das geschrieben? Eindeutig. Ich mache ja immer meine Intros nach dem Aufnahme, damit ich halt ein bisschen spekulieren kann, noch ein bisschen sagen kann, was in der Aufnahme passiert. Ja, am Ende ist was Lustiges passiert. Das ist bisher noch nie passiert. Aber schaut auf alle Fälle bis zum Ende. Oder wenn ihr einfach solche seid, die, keine Ahnung, Bock haben, dann spürt gleich bis zum Ende. Wer das macht, auf alle Fälle verschwindet. Ich brauche euch nicht. Also statt auf alle Fälle bis zum Ende. Und ja. Und dann haben wir natürlich auch die Bildquelle fürs Fazit natürlich eingeblendet. Und dann habe ich auf alle Fälle viel Spaß. Wir sind wieder zum Game und dann viel Erfolg. Wünsche ich mir viel Erfolg. Aber ich kenne das Video eh schon. Und ich spiele gut, wenn du nicht dabei bist. Ja. Wir switchen drüber. Moin Leute, da bin ich wieder. Der Forti 14 am Start. Heute mal wieder mit einer neuen Folge von Rocket League. Aber halt leider, äh, ja. Allein. Ignoriert das Zeichen mit der Obrecht. Danke. Ja, so macht man das. Ja, so macht man das nicht. Vorschau und fahren. Bam. Krass ist was, Bitch. Ja, ähm. Ich würde sagen, ich labelle jetzt nicht viel. Ich glaube, im Intro habe ich schon alles gesagt. Und ja, aber ich bin ein bisschen Rocket League und die besten 10, komm rein. Nein. Ah, der war close. Der war close. Vielleicht können ja eigentlich von mir noch was lernen. Weiß ich nicht, wenn er sieht, wie ich spiele. Ja, siehst du? Siehst du? So was, so was kriege ich hin, aber nur, wenn ich alleine spiele. Wenn ich mit irgendjemand spiele, dann... Äh, ja. Ich krieg's sowas nicht hin. Ich zeig dir jetzt einfach mal, wie ich spiele. Verlinkt ist er auch wieder. Ja, das ist auch schon ein Beispiel. Das war jetzt natürlich jetzt wieder so eine Sache ist. Er hat, glaube ich, gewartet, weil das... Ja, egal. Ich hab ein, zwei Runden schon gespielt. Ja, damit das Spiel ein bisschen laden kann. Ja. Witz! Also, spielen wir das mal ein bisschen dauern. Oh, ich hab grad für zwei Boots oder so. Warten. Nein! Äh, da schon wieder. Nein! Nein! Ah, nicht ausdrücken. Alles gut, safe. Okay. Ich hab nochmal nachgesaved, dass er bald nochmal so richtig reingeflogen wäre, dass er mir nicht reinfliegt. Dass er nicht reinfliegt. Äh, äh, ah, nein, 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 das tust du! Nee, das gleiche war jetzt nur aus, Kollege. Das spielen wir jetzt noch. Ich weiß, der wird dann auch gleich, wenn ich... Siehst du? Siehst du? So was man das machen. Ich hab's gerade bei den Ball weggemacht. Jetzt haben die keinen Bock mehr. Wenn die keinen Bock mehr haben. Siehst du, so macht man das. Eigentlich, du siehst du. Siehst du, sowas krieg ich nur hin, wenn ich... Oh, wenn ich auch nicht die spiele. Siehst du auch mal, das sind jetzt für die guten Momente. Siehst du, siehst du mal, wie ich spiele, wenn ich, wenn ich, wenn du nicht dabei bist. Und das ist das Gute ist jetzt, ich nehme das gerade auf, ne? Ich nehme das ja Daueraufgabe. Kleine Ahnung, die Aufnahme läuft schon seit einer halben Stunde. In der Einspielrunde, weil ich schon eine Aufnahme vorgestattet habe, bevor ich das Spiel geladen habe. So habe ich Zeit gehabt, dass es nicht abspackt oder so. Ja, sowas kriegt natürlich, sowas natürlich, ah, okay. Na, gibt's auf oder lässt du uns noch Stuyter-Songen? Eigentlich müsste Güfte jetzt nicht aufgeben, weil ich es ja nicht auch nichts getan habe. Ja, tut er auch nicht. Oh doch, tut er. Gut, wir sehen uns in der nächsten Runde. Sub guys, guys, sub guys, was? Eger. Ja, also. Ja, Digga. Why? Na, stopp. Ah, oh du. Ah, oh Gott, wir hatten fast, wir hatten aus Regel 1. Ich muss ja links switchen. Mal Boost holen. Und deshalb, naja, da können wir noch einmal, da können wir noch einmal warten. Warum geht der jetzt nicht rein? Natürlich, das habe ich jetzt so spät gesehen, wir hätten zuerst ein Tor machen können. Na, nee, nee, habe ich nicht. Und der geht rein. So, erste Doppel, die. Gucken, was ich im Spieltag und dafür sind. Die haben alles in Deutschland, was ist hier irgendwas? Hier gibt's hier, äh, das ist wegen der WM? Hm. Eine Million Dollar? Hat man gerade bei der Vorbeigefragen? Nee, eine nicht. Ja, verflogen. Aua. Jetzt wird das Elfers gleich treiben. Na komm, ich will was sehen. Ich will was sehen. Na komm. Übrigens, wenn man hier Tab drückt, glaube ich, dann aktiviert sich ja dieses, ähm, und dann kann man auch den Chat lesen. Wenn er aus ist. Keine Ahnung, ist kein Tutorial, aber, keine Ahnung. Wusstet ihr, dass das letzte Video von dem lieben I can do, also seien eine Million, ähm, das seien eine, eine Million, ähm, hier, auf Mixed Pixel, dass das einfach 600, noch was, 659 Likes, glaub ich, letztes Mal, äh, hat, äh, Aufrufe hat, äh, ja. Und, das ist halt ein Erklärvideo, oder? Also, so. Nicht lustig. Liebe Grüße an die Typen, auf der Falle. Oh, 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 oh. Nein, oh, Gott, äh, oh, nein, oh, nein, oh, nein, 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 hier, 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 hier. Sorry, 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 sorry. Oh, nein. What, Nick, chumpel? Sorry, sorry. ja 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 also es hat einen grund warum ich so geschrieben wurde das sind die ersten die sie überhaupt interessiert die sowas interessiert ja also kann man kann man eigentlich kann man eigentlich raten warum ich wort meine gruppe heiße mit einem p eigentlich wird es ja jedem auffallen aber ich sage es einfach nicht also wer schlau seid dann könnt ihr erraten warum ich so heiße wenn ich mich das auch egal aber siehst du mein name ist legendär ist die fragen sich wochen ich so geschrieben werde so was verteidigen das ist für diese gesagt wie sie sagen ich sage ich regel 1 und nicht regel 1 kleine erklärung was regel 1 ist wenn man mit motor mit motor also so ganz vorne ran und der andere kommt auch von vorne und wir beide gas geben und halt gesagt nicht wegkommen das ist regel 1 du sollst dann nicht weg gehen wer das macht er ist ein kranker kerl also das ist also wenn man regel 1 haben das ist der mutter motor motor mutter ober motor so gesagt beide gegen gas in einer weg zog der gar dann der ist das ist kein rock klick spieler kein guter der hat einen kleinen woher hat er verteidigt das habe ich nicht jetzt hätte ich da hätte ich nicht anfangen er dürfte wie in 1 woher und tor und tor es war so schneller konnte gewesen na hahaha aber was ein save er kennt so was krieg auch hin ich nicht mit ihr spieler oh gott oh gott ob der der bei so steht sein können oh oh nochmal gesaved ich weiß ich glaube ich weiß komme ich auf der reingegangen wäre aber der ist auf eine welle weg gesprungen also der war sich also gesagt ich bin noch ich bin noch gar nicht ich denke ich glaube ich meine erste runde die zweite runde dritte runde dritte die zweite die ich ja schon die als einspieler und erzählt die habe ich gewonnen weil die gegner hat nicht bei getrennt oh nein oh gott mach ich weg danke wie das ist ausgesprochen naja wir lassen sie kommen oh mein gott hat er verteidigt also eine parade wollte mich veräppeln ich habe story reingeschrieben okay sorry 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 fordner den jimmy ganz ehrlich ganz ganz ehrlich jetzt die typen waren üblich sympathisch die haben richtig in frage gestellt die kann ah ja ich habe gerade noch eine runde ich ich nehme es einfach drei runden auf und dann gucke ich einfach mal beim rausschneiden ob da ob da jetzt noch zeit ist er ist gerade als ich kann rocket league ist gerade rocket league abgestürzt ist gerade rocket league einfach abgestürzt es ist nein was ach ja hier sieht jetzt einfach mal was ich als auf dem programm nehmen hier hier oben ob es studios ist gerade ernsthaft rocket league ist gerade ich nehme 24 minuten auf davon sind fünf zehn minuten sag ich jetzt mal ein spielrunden es ist einfach rocket league abgestürzt es ist einfach rocket league abgestürzt heilige Mokka Molle jetzt sag mal warum ist denn ja gut ähm also ich glaub das lädt jetzt einfach hier einfach nur oh wo ist fertig ja ist abgestimmt äh gut dann verabschiede ich mich eben hier vom ach keine Ahnung ja wir sehen uns beim Time-Panel habt noch einen schönen habt noch einen schönen Mittwoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es hier heißt ich prozir für euch Videos und ich schaue es euch an bis beim nächsten Mal und ja ciao ne ey es ist Rocket League einfach abgestürzt es ist Rocket League einfach abgestürzt ey